Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Donnerstag, dem 11.11.2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1117. Heute zum Fasnacht- oder wie sagt ihr in Deutschland Fasching-Anfang geht's in eine neue Runde. Nämlich mit den folgenden Themen App Store, MetaDeal, Amazon Music, Netflix Games, SEO und Side-Loading. Ich starte gleich mal mit dem App Store. Normalerweise macht er über Weihnachten zu. Nicht der App Store selber, sondern App Store Connect, also die Schnittstelle, wo Entwickler neue Apps einreichen können, einen Review-Prozess anfechten oder ausbessern und nachbessern etc. können. Und dann ist normalerweise für ZG2 oder glaube ich fast drei Wochen das Ganze zu und es können keine neuen Apps, also eingereicht werden schon, aber die werden nicht überprüft. Das ist in diesem Jahr nicht so. Weder an Black Friday, wo es sonst auch immer kurz zu ist über das Wochenende, noch über Weihnachten. Es können Apps regnen ohne Ende. Und das wird der ein oder andere Entwickler oder Entwickler uns sicherlich freuen, denn über die Weihnachtstage kommen viele dieser Entwickler, die normalerweise einen Dayjob haben, zum Weiterpflegen, Weiterarbeiten etc. Das ist doch erfreulich. Auch erfreulich, wenn vor allem für AMD und für alljenigen, die sich da gewisse Anteile gekauft haben, ist die Neuigkeit zu einem MetaDeal. Meta, die neue Plattform, welche von Facebook irgendwann dann mal kommen wird, die braucht natürlich Rechenzentren, die braucht grosse Rechner, grosse Performance etc. Und da bastelt Facebook ja schon seit Jahren an eigenen Lösungen, sprich an speziell auf sich abgestimmten Prozessoren rum. Und ein neuer Deal mit AMD ist jetzt eingegangen für eben genannte Rechenzentren. Die werden die Grundlage liefern mit ihren EPIC, mit Y geschriebenen Prozessoren der dritten Generation. Es werden aber nicht die Chips ab der Stange sein. Die Prozessoren werden speziell auf Facebook und vor allem auf Datenzentren entwickelt und angepasst. Somit dürfte man jetzt oder würde man gerne wissen, wie gross das Volumen natürlich ist. Das verraten beide Positionen nicht. Was es aber bringt, ist AMD nämlich einen kleinen Aktiensprung. Und das Ganze geht nach oben durch diesen doch nicht ganz so kleinen Deal. Denn so ein grosses Metaverse braucht natürlich auch grosse Rechenkapazitäten. Kleinere Dinge gibt es auf der Apple Watch. Neu nach Apple Music, was sowieso schon lange geht. Nach Deezer und Spotify kommt jetzt auch die Amazon Music App auf die Watch. Und somit dann auch die Podcasts, welche man in Apple Music, mein Gott, schon wieder in Amazon Music drin, sich anhören kann. Wer mag also updaten der App und dann taucht es auf der Uhr auf. Auch auf dem iPhone und auf dem iPad auftauchen tun aktuell Games aus dem Hause Netflix. Ja, ihr habt richtig gehört, Netflix, der Streaming-Anbieter von Serien und Videos, Filmen besser gesagt, die haben neu auch Spiele. Schon länger in den Gerüchten, schon vor kurzem auch gestartet, jetzt auch auf der iPad und iPhone Seite. Sie machen es anders als andere. Man braucht das Abo im Hintergrund, aber die Spiele kommen dann separat über den App Store geladen. Und somit werden die auch von Apple überprüft und dann ist da die ganze Geschichte sauber gehalten und schön und ohne Probleme seitens Apple, logischerweise. Weiter geht es mit Apple und die haben ein neues Vorstandsmitglied. Mittlerweile das neunte an der Zahl, neben Boeing und Greenman America etc. ist da jetzt neu auch Johnson & Johnson vertreten. Zumindest noch kurz vertreten, denn der CEO von Johnson & Johnson geht in den Vorstand von Apple über. Seit 1988 ist er da tätig und wird Anfang 2022 da seine beiden Jobs aufgeben. Zum einen den CEO Jobs und den anderen Chairman Jobs, den er inne hat und dann eben in den Apple Verwaltungsrat gehen. Somit bringt er einiges mit aus dem Bereich Gesundheit und kann Apple da tatkräftig unterstützen. Sagt er zumindest und Apple denkt das wahrscheinlich auch und ich gehe mal stark davon aus, dass das wirklich auch so sein wird. Und da passt das natürlich alles zusammen, denn Apple geht immer mehr in den Bereich Apple Health, Apple Fitness etc. Die ganze Wearable Geschichte und die kommende Brille etc. Da kann schon sehr stark in die Richtung was gehen in nächster Zeit. Zu guter Letzt gibt es dann auch noch eine Aussage von Tim Cook, dem Apple CEO. Der sagt nämlich, wenn du Sideloading möchtest, dann hast du Möglichkeiten. Nämlich indem, dass du in den Laden gehst und dir statt ein iPhone ein Android kaufst. In ganz kurz gesagt ist das so die Quintessenz aus der Deal Book Conference von der New York Times, die die Tage stattgefunden hat. Ich persönlich und das hatten wir davor beim App Store oder besser gesagt, das hatten wir heute im Geek Talk News Aufnahme mit dem Mike zusammen auch. Ihr werdet sie in den nächsten Tagen euch anhören können. Ich bin ja grosser Fan vom App Store und den Möglichkeiten und der aktuellen Version, wie es ist. Für einen mag es eingesperrt sein. Für mich ist es halt einfach bequem. Und somit brauche ich dieses Sideloading auch nicht. Und oder möchte ich es dann doch haben, dann greife ich einfach statt in einen rechten Sack in den linken Sack. Und da ist ein Android meiner Wahl drin. Und das kann dann das. Mit allen Vor- und Nachteilen. Somit passt das für mich. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Übrigens bei EU gibt es neue Fraction Trading. Wer das sich anschauen möchte, Promocode und Informationen dazu in daily.gitok.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens. Und ich werde heute am Huawei Nova Event sein hier in Zürich und mir das neue Gerät anschauen können. Dazu gibt es sicherlich nächstens ein Video und auch im Blog ein bisschen was nachzulesen. Und wer weiss, vielleicht sogar morgen auch in der nächsten Daily Episode. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.